Kein Zugriff mehr auf das Bankkonto Hat ein Gläubiger das gesamte Guthaben ohne Rücksicht auf Pfändungsfreibeträge gepfändet, so bleibt ihnen nur der Gang zu einem Rechtsanwalt oder zum ortsansässigen Amtsgericht, der Rechtsantragsstelle. Hier wird über ein Eilverfahren die kontoführende Bank aufgefordert, Auszahlungen von Zahlungen aus der Staatskasse wie zum Beispiel Elterngeld, Kindergeld, Lebensbedarfszahlungen etc. sowie Pfändungsfreie Lohnzahlungen binnen zwei bis drei Tagen nach Zustellung des Gerichtsbeschlusses an den Schuldner auszuzahlen. Ein Tipp für Sie, nehmen Sie zum einen alleramtlichen Bescheide zum Nachweis über Ihre Empfangsberechtigung zur Rechtsantragsstelle mit, zum anderen wechseln Sie wie oben bereits erwähnt, Ihre Bank.